hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von gta mit den größten den größten vollschwassen die es gibt seit 2014 deine mutter kann man schlecken bei schlecker klaut der schon ganz tief gesunken ich könnte das jetzt noch verlieren dann raste ich aus da siehst du dir die arsch schau mal bei vincent bros auf dem kanal vorbei ich hab gar keine videos natürlich nein er macht beauty tutorials wie man sich richtig den arsch rasiert und dann die arsch also so er sich die eisend rausreißen wenn ich so schnell nachwachsen rasiert kommt nämlich hertha wieder zurück mussten müsst ihr wissen der wichser holt jetzt noch auf das geht nicht mehr hoch der counter yes alter der ist abgekackt der typ jawohl matthias kommentations die kommen bei uns dann können wir achten wir machen und dann kurz wenn wir mit ende verliert er doch noch leicht schaffe ich ja sogar noch die musik richtig spannend die mieterkeit muss ich so was hat so was hat man genauer nicht wird selber gar keine musik aber die nicht im event seit ganz sicher ich hab ganze 684 Meter will ich bin dann zu 0 Meter geflogen ist da ist doch schon mal was ich bin ganze 1 Meter 1 so alter ich hab trotzdem 6000 dollar bekommen 6700 dollar wo ich gar nicht mitgemacht habe was Junge ich hab nur 4000 bekommen was wirklich ich hab mehr bekommen als der gewinner ach stimmt weil du ja für mich arbeitet ach du arschloch okay ich starte jetzt mal ja da wäre ja wofür hab ich dann gerade na wer los geht's mach dir nix draus matthias da wächst eben schnurrbart jetzt habe ich mal eine kleine frage ja wenn wenn man auto verkauft ja wenn man auto verkauft ich weiß wie ich mich gestern gefühlt habe ja backflip ähm äh war das geil ich glaube niemand wird die ja trotzdem es ist die beiden anderen schwachköpfe bringen dich um anstatt auf die acht zu gehen da zu spawnen obwohl winzeln ist hier obwohl die matthias ist hier winzeln ist am anderen ende ja ich muss mir gerade helikopter bestellen so ich dachte du rasierst du deine rosette ach so ungefähr hubschrauber oh digga wie eine tricks immer sagt darf ich dich in die arsch ficken darf ich deine beharrt rosen sette lecken also ich weiß nicht wieso aber irgendwer das bedürfliche ist wenn ich einen von euch in realität sehe wenn die fresse zu boxen außer matthias der fakt mir nicht so ab wie die anderen ich meine ich wohn jetzt nicht so weit weg du könntest mich schon auf die fresse hast recht ich habe ja noch die fresse wir sehen uns dann morgen ja ja okay ich bringe den taser mit ja und ich bringe nach 47 mit ja genau du scheiß terrorist na gut dann nehme ich eben der m4 mit sagst du jetzt okay dann nehme ich noch eine wasserspielzeugpistole mit das ist zu heftig das ist echt zu heftig ich hatte sogar mal so eine komische panzerfaust wo vorne so wasser rauskam ganz sicher matthias lasst ihr mal im bad wachsen scheißen dreck alter solche zeiten kommen das matthias kämpfe aber die anhelie da oder was oder irgendwie er kämpft jetzt jetzt kommt er zurück also ich will meinen rotorspringen ich habe mal eine geile idee geht man hier vorne so dran geht man ja ganz vorne hin an der ja jungs wir möchten mich abholen tim holen nicht ab ich weiß aber mal neuer ey was macht das macht der da wichsen da spitz doch und ich will mit einsteigen nein 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 nicht hier nein 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 er will nämlich drei mach der da ja nimmt dich hart ich bin im wasser gelandet man ich kann nicht wieder komplett außenrum schwimmen ich wollte mit dieser Wurzeln und Matthias komm mal her Dini Bist du auf der Yacht? Ne der ist ja auch nicht den Helikopter zu bestellen ich geh da gerade hin ich guck ob da ein Helikopter ist Matthias stell ich mal da vorne so hin also ich wollte mit der Panzerfaust zielen dann ist er gleich nicht mehr da den ich da ganz normal ans Geländer nein ich will mich nicht hier an den Fakt Kamer Satias, was machst du denn da unten im Wasser? Ja, aber mir ist das nicht mehr der Kompter, ist verdammt eine Hetze hat mich so knirschen und ich weiß dass man seine Aufnahme hört Jungs ich komm gleich ne? Ja man betone gleich Weelix kommt oder Weflex, der kommt zu dir, der will ich zu uns, der hat Angst Nö, der kommt zu euch Ich hatte hier im Wasser, er mag es gerne vor Naja, da ich ja weiß, dass Vincent gleich kommt Tatsächlich, der kommt jetzt geht zu uns Ja eben, ich sag ja, das ist müde, ich will nicht zu mir, der will zu euch Da hinten Ja, die soll da kommen, Alter, die nehmen wir auseinander, Alter Habe ihn Headshot gegeben Sauber Da denke ich jetzt auch sicher Junge, was ist doch geschehen Ey, der kann verkaufen gehen Was kann verkaufen gehen? Oha, ich hab dir ins Gewicht geschissen Das geht nicht mehr bei euch Ja, ich bin ja behindert Aber ihr, ihr seid die Krönung Ich sag ja immer, ich bin nicht normal Das will ich auch nicht sagen Jetzt ohne Spaß, ich hab einen schwerbehindertenausweis Und ihr, ihr habt einfach keinen Satz schlimmer als ich Guck mal, bei mir habt ihr gesagt, ich bin zu behindertenausweis Macht nix, solange die Kacke nicht untergeht, alles gut Äh, ich glaube, ihr geht nicht gleich unter Guck mal Du kannst fahren Ich kann nicht anschieben, guck Ja, man Ja, richtig cool Guck mal da, da hat sich was bewegt Oof, Allah, da hat sich was bewegt Hehehe Komm, komm, tu's Ich hab. Ich halt drauf Ich halt drauf Ah, schade Ah, da kommt einer, glaube ich, mit Teddy Da kommt einer mit Teddy Da kommt einer mit Teddy Das war ich nicht Das war ich nicht Da kommt einer mit Teddy der heli kommt das ist nur so ein billig dass meine rakete ausgewichen dass wir uns am verteidigen macht den feuchten auf der yacht ich glaube noch nicht oder der ist nicht auf der yacht gewesen ich bin irgendwo da ist nicht gespawnt der nächste helikopter noch die helis die kann aber nicht gehen und gegen uns machen hat noch drei minuten drei minuten ich meine sein erster versuchte von der yacht das ist von rückwärts ja ich merke jetzt mal hier hinten und dem motor jetzt versucht tief zu fliegen vor zwölf mutter hier ja komm her die minigun wartet auf dich so weit wo landes weiter der spaß ja man hat den schon gesehen der ist so geil machte man ja kommen lang ich hatte geschossen es gibt zu feiern doch es ist so schwer zum feiern noch ach so ja um zwölf uhr können wir feiern wieso was ist dann hast du es dann geschafft ein arsch zu entwachsen das pisswasser bios geht ja doch gar nicht wenn man das arsch wasser hat das milde herr das schön herb und mild das herpes der natur hat sich so eine heli geklaut jetzt fliegt er weg mensch ich lasse wir haben noch mehr spaß heute in der folge mensch muss ich mal hier ja nicht damit lustiger wird und jetzt kommen wir ja wir können gleich alle happy birthday singen so hat er geboten happy birthday to john cena du kannst gleich happy du kannst zum zufrieden bis der toby singen hast du wirklich der geburtstag ja wirklich koko facebook ah cool jetzt simuliert er auch nur vielleicht ist der facebook account hey guck mal wir haben neues wie zwölf boot wir haben auch einen neuen heli den ich jetzt zerlegen der ist echt wie die pest irgendwie ich bin die pest ja habe ich mir irgendwie schon geahnt kommt zurück na wie fühlt es sich an von einem v2 überfahren zu werden also ich wollte nicht überfahren ich kann mich nicht beklagen nein da haben wir die sie noch nie als ein fahrer in diesem roi ich habe eine typ aus der gruppe ich stehe im boot noch du scheiß hacker weil ich benutze das boot als rampe alter warte 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 ich will das noch drauf habe ich weiß gar nicht habe ich gesehen ich habe nicht gesehen schade er will nie der eine typ da aus dieser einen gruppe da durchgeschrieben habe you kids nicht kennt so bitte die gruppe verlassen weil die gruppe verlassen hat you kids muss man kennen ja habe ich ja gesagt habe ich gehört für das dann komm mal ich bin ich war da ok wir machen jetzt wir fahren jetzt mit dem mit jet skis weg wer kein jet skis findet der muss sterben ok steigt auf die jet skis und dann geht es los ja war das verpiss dich hier ist ein jet skis und noch das andere boot hier darf noch ein boot ein boot könnt ihr noch nehmen ich nehme vor zwölftiger genau das war leute kann mich eine abholen ja warte doch mal ich bin noch im flughaus ich bin noch im flughaus oh jetzt habe ich gerübst oh da kann ein bisschen kotzen mit hoch das kam ein bisschen lang mit hoch die folge ist echt geil ja aber geil die muss gleich auch zu ende sein jetzt haben alle geilen weil wir dann alle jetzt von seitebacher seitebacher alter ich kriege krebs davon hochgeladen ich werde erst mal morgen noch eine folge staros hoch und dann denke geht ja und du bist ein mieser spaß kann ich nicht abholen kann mich einer hier rausholen äh matthias ich kann gerade selber nicht warte ich freue dich vincent das wird die beste idee die ich jemals hatte